BRO! Dann wollen wir doch mal zeigen, was man in der Sparkasse sieht, wie die Sparkasse, die ansonsten so ein bisschen tröge und nüchtern wirkt, wie die gesagt, getan, haben wir gesagt, wir beenden die Episode Prinzessin oder als Ex-Prinz vorausgegangen sind. Ja, mein Marc, und herzlich willkommen und ich darf dann die im Jubiläum im Besonderen jetzt mal hervorheben. Ich möchte die Anfragen an meine Person richten. Der Herr Oberbürgermeister wird dann hier im Haus wieder für irgendwelche Putzarbeit oder so zu verbringen, um die Stunden zu verbringen, aber auch zum anderen, um ganz, ganz herzlich Danke zu sagen. Wir leben das Brauchtum meiner Fasnacht aus. Wir, das ist ganz, ganz wichtig, der Dank drückt der Prinz natürlich aus, indem er auch... Der hat uns geklart,'s von uns gemacht und er dicho dann, wie die wir gerade sind, ob es wir gerade bei uns theatern sind, auf Gott da ist uns wohl, aber ganz wichtig. Wir sind dabei, wir machen mit. Du bist Meers, du bist Meiden, du wirst mich immer noch verrückt verfallen, gruselig an dich verschenken. Drei mal kräftig, Mayo! 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 Drei mal kräftig, Mayo! Drei mal kräftig, Mayo! Drei mal kräftig, Mayo! Der Prinz erscheint. Ein Prinz, ein Prinz, ein Prinz, ein Prinz. Da sieht doch, was die Sprache so alles hat. Und von Millberger, vielen Dank an Prinz Hofstadt. Mein Freund in Augsbringer ihr Land, und den hab ich bei mir im Keller versteckt. Da kommt so'n junger Polizist auf mich zu. Und dann hat der mich aufgetast. Von oben bis unten. So hat mich noch nie ein Mann berührt. Ich würde schon bald etwas Neues erhaben. Doch mir scheint, was geschehen wird, ist schon mal geschehen. So hat mich noch nie ein Mann berührt. Und dann hat mich noch nie ein Mann berührt. Achtung, wie wir morgen schon Leute zusammen 50 Euro sehen. So hat mich noch sehr begreift, dass es für uns ein Anh есте lässt. Aber nicht so'n junger Polizist. Und ein Frau an faszinierend phänziert. »Meier, geht, 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 geht.« »Meier, geht!« »Meier, geht, geht, geht!« »Meier, geht, geht, geht!« »Meier, geht, geht, geht!« Ich bleib bitte um unsere Gäste! Vielen Dank.